Hallo meine Lieben, ja und hier bin ich jetzt mit einem kleinen Stamping-App-Hole. Jetzt zeige ich euch, was ich mir dieses Monat Schönes dort gekauft habe. Und zwar als kleines Dankeschön habe ich von der lieben Katrin das hier bekommen. Das ist die Stanze Gänseblümchen. Die werde ich mir dann im August zulegen, weil die gefällt mir sehr gut. Das ist eine kleine Box und darin verstecken sich Joghuretten. Dankeschön meine Liebe. Dann habe ich mir so Ersatzschienen für meine Schneide- und Falzbrett gekauft. Dann habe ich mir diesen Embossing-Buddy gekauft. Dann habe ich mir zweimal diese Fingerschwemme gekauft, damit ich mir ein bisschen leichter bei den Rändern einfärben einfärben. Dann habe ich mir zweimal Ersatzschienen für das Falzen bestellt, da ich ja in letzter Zeit sehr viel Schneide- und Falze schneide. Dann habe ich mir die Klebepunkte, die Mini-Klebepunkte mitbestellt. Die sind nämlich mega klasse. Dann habe ich mir einmal diesen Cardstock der Farbe Vanille Pur mitbestellt. Dann habe ich mir einmal die Farbe Savanne mitbestellt. Ach, Sahara, Entschuldigung, das ist Sahara Sand. Da sind 24 Blatt drinnen. Dann habe ich mir noch einmal diesen hier mitbestellt. Das ist jetzt Savanne. Und dann habe ich noch das Stempel-Set doppelt gemoppelt. Und zwar sind da diese Sprüche drinnen. Diese Motive. Und diese hier. So, das war es auch schon, meine Lieben. Im Anschluss zeige ich euch noch einen kleinen Hull von der lieben Cynthia von ihrer Gruppe. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, meine Lieben. Tschüss, meine Lieben.